Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht nochmal um die Aufteilung in Daniel 9, Vers 25, wie man die 7 und die 62 Wochen zuordnet, wo das Taschub hingehört und was man mit dem Etnach macht. Und vor allem geht es mir auch darum, mal die zeitlichen Formen anzuschauen und zuzuordnen, weil ich glaube, dass man damit die Aufteilung und Zuordnung besser argumentieren kann als mit dem Etnach oder Adnach, das ja ohnehin im Grundtext nicht vorhanden ist, sondern nachträglich im Mittelalter von Rabbinern hinzugefügt worden ist. Also das ist hier unser Text. Und hier sieht man das Etnach, sehen wir aber gleich nochmal deutlicher. Manche Bibelübersetzungen versuchen jetzt die 7 und die 62 Wochen voneinander zu trennen und argumentieren das hier mit diesem Etnach oder Adnach. Etnach, das ist eine Art hebräisches Semikolon, eigentlich ein Kantilationszeichen, also ein Zeichen, was dazu helfen soll, die Verse eventuell auch zu singen, ist aber wie gesagt im Urtext nicht enthalten, also kein inspiriertes Zeichen. Und es ist wohl auch so, dass fast alle Verse im hebräischen Alten Testament irgendwo dieses Etnach enthalten, wo man an anderer Stelle auch sehen kann, dass eine Trennung des Verses nach dem Etnach nicht unbedingt zwingend vorgeschrieben ist. Insofern dürfte man meiner Meinung nach auch die 67 Jahrwochen addieren, wenn es jetzt nur um dieses Etnach ginge oder Adnach. Manche Bibelübersetzungen teilen dann nach den 7 Jahrwochen auf, sodass diese Teilung hier dann entsteht. Und man übersetzt bis auf den Gesalbten, den Prinzen, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang soll Jerusalem aufgebaut sein. Was aber auch keinen Sinn ergibt, weil es historisch nicht so gewesen ist. Aber ich möchte euch jetzt auf was anderes hinweisen, und zwar möchte ich mit euch die grammatischen Zeiten mal anschauen, die wir hier in dem Vers haben. Denn das Tashub steht im Imperfekt und das Verb Benibnetach steht im Perfekt. Die meisten Bibelübersetzungen übersetzen aber und es soll wieder gebaut werden und fassen damit das Tashub und das Benibnetach, also das Wiedergebautwerden, zusammen, obwohl beide Verben in einer unterschiedlichen Zeitform stehen, weswegen das meiner Meinung nach nicht erlaubt ist zu tun. Man kann aber sehen, dass Vers 25 mit dem Imperfekt schon beginnt, denn gleich zu Beginn steht Also darum wisse und verstehe und diese beiden Verben, die stehen beide im Imperfekt, also in der gleichen Zeitform wie das Tashub. Weshalb ich glaube, dass das Tashub auch zum ersten Teil des Verses 25 gehört und in Verbindung steht mit den 62 Jahrwochen und nicht in Verbindung steht mit Benibnetach, also dass Straße und Platz wieder gebaut werden sollten. Man sieht auch an den jeweiligen Übersetzungen, dass die sehr, sehr große Mühe haben, dieses Tashub, dieses Wiederbauen, Tashub benibnetach zusammenzufassen. Das liegt meiner Meinung nach auch ganz einfach daran, dass man einmal Imperfekt und einmal Perfekt hat und das auch bei Zusammenfassung gar keinen sinnvollen Satz gibt, denn das Tashub heißt eigentlich zurückkehren, kehre um, mach das nochmal, kehre zurück oder auch erwidern, antworten. Also es hat eine recht große Bedeutungsbreite und man findet das Tashub ja auch am Anfang von Vers 25, wenn es steht, dass Jerusalem wieder zurückkehren soll. Und das ist dasselbe Tashub, derselbe Wortstamm wie hier auch bei den 62 Wochen. Wenn man aber dieses Tashub auf den Wiederaufbau bezieht, am Ende von Vers 25, dann gibt das eine ganz seltsame Satzkonstruktion. Und manche Bibeln haben auch versucht, das irgendwie genauer zu greifen. Und hier haben wir zum Beispiel die Lambser-Bibel, die sagt, the people shall return and build Jerusalem. Also hier ist dieses return, kehre um, tatsächlich wörtlich übersetzt worden, weil sie sagen, the people shall return. Allerdings steht im Text nichts vom Volk, also das Volk soll umkehren oder das Volk soll zurückkehren, kann man auch sagen, und Jerusalem bauen. Im Text selber steht aber nichts von Volk und von Jerusalem, das ist eingefügt worden. Im Text steht nur kehre um. Aber zumindest hat man versucht, das hier irgendwie auch zu greifen. Und man sieht das an der Übersetzung, dass es hier nicht darum geht, etwas wiederzubauen, sondern dass irgendjemand umkehren soll. Dasselbe finden wir auch hier in Smith's Literal Translation. And those shall know and understand from the going forth of the war to turn back and to build Jerusalem. Turn back steht auch hier, ja, dieses Turn back ist dieses Umkehren, diese Grundform von Taschub. Also zurückzukehren und Jerusalem zu bauen. Bis zu Messias, dem Führer, even to Messiah the leader, seven weeks and sixty and two weeks, and the street shall turn back. Also auch hier wieder umkehren, genauso wie oben auch, das schon im Anfang des Verses übersetzt wurde. Die Straße soll zurückkehren und gebaut werden. And the ditch in the trouble of the times. Also die Straße und der Graben sollen gebaut werden. Und hier finden wir auch wieder, dass Straße und Graben, also the street and the ditch, auseinandergezogen sind, weil dieses Turn back, dieses Kehre um, dieses Taschub ist feminin und Straße oder Platz, weiß ich jetzt nicht genau, eins von beiden ist feminin, das andere ist maskulin. Also man darf das auch aufgrund des grammatischen Geschlechts nicht einfach zusammenfassen. Deswegen versucht man das hier mit dem Komma abzutrennen. Also man sieht schon, wie groß die Mühen sind, mit dem Vers irgendwie vernünftig und gut umzugehen bei der Übersetzung. Wobei sich hier natürlich auch die Frage stellt, wie kann eine Straße zurückkehren, ja? And the street shall turn back und die Straße soll zurückkehren. Also da frage ich mich dann immer, wo war die Straße denn hin? Das klingt natürlich erst ein bisschen spöttisch, soll es aber nicht sein. Es ist nur die Frage, was übersetzt man hier eigentlich und wieso übersetzt man die Straße soll zurückkehren? Das steht da eigentlich auch nicht. Eine Straße kehrt halt nicht zurück. Trotzdem versucht man das so zu übersetzen, um der Formulierung irgendwie gerecht zu werden. Dann kommt hier die Aramaic Bible in Plain English, die übersetzt he shall return and he shall build Jerusalem. Das ist nicht ganz richtig, denn Taschub ist entweder dritte Person Feminin Singular, sie wird zurückkehren und nicht he, also she shall return, müsste man eigentlich sagen. Das sieht man auch hier unten. Ja, das ist dritte Person Feminin Singular oder es ist zweite Person Maskulin Singular. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wenn es aber zweite Person Maskulin Singular ist, dann müsste man übersetzen you shall return, also du sollst umkehren and you shall build Jerusalem. Ja, also das ist grammatikalisch auch nicht sauber übersetzt und zeigt einfach, wie viel Mühe man hier hat, dem Vers eine sinnvolle Übersetzung zu geben. Und als letztes noch die Brandon-Septuagin Translation, die übersetzt and then the time shall return and the street shall be built and the wall Hier kann man auch ablesen, the time ist zum Beispiel kursiv gesetzt, weil das im Text nicht steht. Im Text steht einfach nur shall return. Eigentlich steht dort you shall return, also du wirst umkehren. Die fügen hier the time ein, also die Zeit soll wiederkehren und die Straße soll gebaut werden. And the street shall be built and the wall Also hier auch wieder eine Trennung von Straße und Mauer oder Graben müsste man auch eigentlich hier übersetzen. Aus dem Grund, weil Taschub nicht zu Mauer beziehungsweise zu Graben passt, weil Taschub halt feminin ist und Graben beziehungsweise hier als Mauer übersetzt ist maskulin. Also man setzt das dann auch wieder mit dem Komma hier ab. Was ich damit zeigen will, ist nur, wie sehr man sich müht mit diesen Versen. Irgendwo dieses Taschub in diesen Sinnzusammenhang einzufügen, ohne tatsächlich ein befriedigendes Ergebnis abliefern zu können. Was ich jetzt machen möchte, ist die zeitlichen Formen nochmal anzuschauen, die die Verben in diesem Vers haben und den Vers nach diesen zeitlichen Formen aufzuteilen und zu strukturieren. Hier sieht man, dass direkt die beiden ersten Verben im Imperfekt formuliert sind. Therefore know and understand, darum wisse und verstehe, das ist also Imperfekt. Und dann haben wir hier unser Taschub, unser Again, also das Zurückkehren, das ist ebenfalls im Imperfekt. Sodass man von der grammatischen Seite davon ausgehen müsste, dass der Vers bis zum Taschub zusammenhängt, weil es halt eine Zeitform ist. Während im zweiten Teil des Verses sieht man, dass das Verb Imperfekt steht, hier also eine andere Zeit gezeigt wird, sodass man den Vers eigentlich folgendermaßen aufteilen müsste. und damit der Vers 25 bis einschließlich Taschub reicht und ab dem Taschub dann nur steht, und es soll gebaut werden, Straße und Mauer oder Straße und Platz, wie wohl in Trübsal der Zeiten. Diese Aufteilung finde ich aufgrund der zeitlichen Vorgabe in der Grammatik sehr viel sinnvoller, als sich über das Etnach zu streiten. Man sieht also, dass der erste Teil des Textes im Imperfekt formuliert ist. Das Imperfekt ist eine unabgeschlossene, ausstehende Handlung, während der letzte Teil des Verses im Perfekt formuliert ist. Das ist eine abgeschlossene und konstatierbare Handlung. Beides in der Vergangenheit, obwohl man hier natürlich auch zugeben muss, dass im Althebräischen eine klare Trennung zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft nicht wirklich möglich ist. Im Grunde geht es mir auch nicht darum, ob man Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft voneinander unterscheiden kann. Mir geht es hier lediglich darum, dass man den Vers nach seinen grammatikalischen Zeiten aufteilen sollte, um ein sinnvolles Ergebnis zu bekommen. Und damit wird klar, dass der letzte Teil des Verses ab dem Wort Menibneta, also gebaut werden soll, getrennt ist und eine ganz andere Zeitform hat. Das wiederum würde bedeuten, dass das Taschub nicht zum zweiten Versteil gehört, dass man also nicht übersetzen könnte, die Straße wird zurückkehren oder sie wird zurückkehren oder Jerusalem wird zurückkehren oder wie auch immer dort versucht wird zu übersetzen, sondern dass dieses Taschub, dieses Zurückkehren, zum ersten Teil des Verses gehört und noch genauer eigentlich zu den 62 Wochen gehört. So als ob der Engel zu Daniel sagt, kehre um und zwar mit den 62 Wochen genau wieder zu dem Punkt, wo du schon mal mit den sieben Wochen angefangen hast zu rechnen und zwar kehre um mit den 62 Wochen zum Jahr 605 v. Chr. Was dann die von mir vorgenommene Berechnung, beide Fristen vom Jahr 605 v. Chr. auszurechnen und so einmal zu Kyros zu kommen und ein anderes Mal zu Antiochus Epiphanes, hierdurch eine sehr starke Bestätigung findet. Vielleicht wird aber jemand einwenden wollen, dass Taschub in der dritten Person feminin singular steht. Dem wäre dann zu entgegnen, dass man Taschub genauso gut als zweite Person maskulin singular interpretieren darf, was dann dazu führt, dass nicht nur der Imperfekt zum Beginn des Verses 25 passt, sondern auch das Geschlecht und die Singular-Pluralform exakt dem entspricht, wie der Engel diesen Vers einleitet, wenn er Daniel anspricht. Bei dieser Aufteilung des Verses lösen sich also alle grammatischen Probleme, die bisher bei den Übersetzungen zu kritisieren sind. Man erhält so eine Harmonisierung der grammatischen Zeit, der Person des Geschlechts und der Singular-Pluralform, was ich als ein großartiges Ergebnis empfinde, um den Text sauber zu übersetzen und eine sehr gute Basis schafft, um den Text dann auch sinnvoll zu übersetzen und diese grammatischen Fehler beziehungsweise Überschreitungen der grammatischen Vorgaben verhindert werden können. Das würde wiederum bedeuten, dass das Taschub aus mehreren Gründen zum Anfang des Verses gehört und mehr noch zu den 62 Jahrwochen, mit denen Daniel erneut rechnen soll, um auf Antiochus zu kommen. Ich bin mir durchaus im Klaren darüber, dass mit dem, was ich hier zeige, die Auslegung von Daniel 9 heftig torpediere, weil so die bisherige Auslegung, 67 Jahrwochen zu addieren und bis auf Christus zu rechnen, nicht mehr möglich ist, weil der Text eine solche Art der Berechnung und der Übersetzung in keinster Weise erlaubt. Ich bin mir auch im Klaren darüber, dass eines der stärksten christlichen Argumente, mit diesem Text die Ankunftszeit Christi zu berechnen, wegfällt. Aber bei der bisherigen Auslegung sind dermaßen viele und gravierende grammatische, kalkulatorische, historische, prophetische Fehler gemacht worden, dass es meiner Meinung nach sehr viel sinnvoller ist, dem Text ergebnisoffen zu begegnen und ihn auch so sauber zu argumentieren. Ich weiß, dass für den einen oder anderen diese grammatischen Themen und auch der Einstieg so tief in diese biblischen Texte anstrengend ist und vielleicht auch langweilig und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt für jedermann nötig ist, so tief einzusteigen. Ich erlaube mir das trotzdem hier auf meinem Kanal, weil ich glaube, dass es wichtig ist, diese Texte nochmal zu überdenken und sauber zu bearbeiten. Was ich leider auch feststelle, ist, dass in der theologischen Welt kaum Bereitschaft besteht, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das hat vielfältige Gründe. Einerseits müssten manche Theologen sich einfach ganz profund korrigieren und zugeben, dass sie jahrzehntelang etwas vertreten haben, was der Text überhaupt nicht hergibt. Die allermeisten Theologen wissen das auch, weil sie die Texte sehr gut kennen und zum Teil auch in den Ursprachen einfach lesen können und nachvollziehen können, dass das, was ich hier grammatisch zeige, nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Aber vielfach fehlt auch einfach der Mut, sich diesen neuen Gedanken zu öffnen und damit umzugehen, weil man sich damit natürlich extrem viel Kritik zuziehen kann und von allen möglichen Seiten heftige Vorwürfe einhandelt, weil oftmals geargwöhnt wird, dass man hier biblikritische Ansätze vertreten würde. Aber bei aufrichtiger Betrachtung dieser Thematik muss ich sagen, dass biblikritisch die bisherige Auslegung gewesen ist, weil man ein vordefiniertes Ergebnis wie es unbedingt bestätigt haben will und mehrere grammatikalische Fehler und wie gesagt auch kalkulatorische Fehler, historische Fehler, prophetische Fehler, sprachwissenschaftliche Fehler begeht, um dieses vordefinierte Ergebnis, nämlich so ins Sterbejahr Jesu Christi rechnen zu können, zu rechtfertigen. Und auch das sei noch gesagt, im Propheten Daniel ist selbstverständlich von Christus die Rede. Wir finden ihn in Kapitel 7 und in Kapitel 8 und auch in Kapitel 2, aber nun mal nicht in Kapitel 9. Kapitel 9 ist eine Vorbereitung, eine Ankündigung auf diesen Antiochus Epiphanes, der dann in Kapitel 11 in aller Ausführlichkeit beschrieben wird und sollte auch so verstanden werden. Ich schließe hier ab. Ich wollte das nur kurz zeigen, weil mir das wichtig ist, weil das, was ich hier tue, natürlich extrem kritisiert wird und auch beargwöhnt wird. Deswegen muss ich so tief in den Text einsteigen, denn die Argumente, die mir da entgegengebracht werden, sind ja zum Teil auch nachdenkenswert und müssen überdacht werden, aber ich fordere für meine Sichtweise das Gleiche. Und zum Schluss geht es eigentlich nur darum, ob man der Wahrheit gegenüber offen ist und ob man sich den Bibeltexten ergebnisoffen nähern will und ob es uns um die Wahrheit in Jesus Christus geht. Dies als abschließende Worte. Ich danke sehr fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Gottes Segen, Gott sind.